Come on, meine Damen und Herren, der Podcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter bei Onbista. Und Andreas Lipko von der Comdirect Bank. Andreas, wir haben die nächste Short-Attacke. Es geht in die nächste Runde. Ich habe ja so eine Gegenbewegung gedacht, hier greifen die Jungs auch mal ein. Aber, tja, Short-Attacke auf E-Hang. Geht jetzt der Streit in die nächste Runde oder ist das wieder Business as usual? Ja, Markus, ich denke, vielleicht kommen hier zwei Aspekte zusammen, die wir ja schon aus den letzten Börsenjahren auch so mitbekommen haben. Zum einen natürlich ist E-Hang ein chinesisches Unternehmen. Und da gab es ja bereits schon auch von anderen Research-Häusern, Muddy Water und Citron Research, also auch professionelle Short-Seller, immer wieder den Hinweis darauf, dass natürlich die Bilanzierungsmethodiken von chinesischen Unternehmen weit entfernt von dem ist, was eben die westlichen Industrienationen kennen. Und von daher ist natürlich dann hier die Möglichkeit gegeben, dass man das wieder aufnimmt. Wir denken an LuckinCoffee und an viele andere Unternehmen, teilweise auf dem Solarsektor, die hier ja dann eben gerade auch von solchen, wie soll man sagen, ja, Unternehmen oder Research-Häusern, die tiefer eben auch in die Unternehmen reinschauen, genau dann eben Unstimmigkeit nach oben befördert haben. Und des Weiteren darf man nicht vergessen, ich glaube, es ist halt so eine Renaissance generell der Short-Seller. Und für mich haben auch die Short-Seller an sich ein bisschen zu schlechten Ruf bekommen, weil sie ja auf der anderen Seite schon auch eine marktausgleichende Position haben. Man denkt hier an Wirecard und andere Unternehmen, die ja teilweise wirklich leichteres Spiel auch gerade bei vielen, ich sage mal eher nebulösen oder dubiosen Aktionen gehabt hätten, wenn eben nicht dann wirklich auch eine Möglichkeit bestanden hätte, hier auch dann sozusagen von der Short-Selling-Seite entgegenstehen zu können. Jetzt wird der eine oder andere natürlich aufjaulen und sagen, ja, nee, das kann man prinzipiell so nicht sagen. Klar, wo Licht ist, ist es natürlich auch immer Schatten. Und es gibt auch viele Short-Selling-Attacken gegen Unternehmen, die durchaus solide sind, die eben aufgrund nur, sage ich mal, vielleicht von geringem Handelsvolumen, geringerer Marktkapitalisierung einfach auch in die Knie gezwungen worden sind und dadurch in arge Bedrängnis gekommen sind. Also man sieht, es ist halt schwierig. Aber jetzt zurück natürlich auf die Eingangsfrage. Ich glaube tatsächlich, dass hier es in den kommenden Wochen weiter spannend sein und bleiben wird, dass Ehang hier dann auf jeden Fall jetzt erstmal auf eine Liste gekommen ist, die sehr, sehr viel Aufmerksamkeit natürlich auch bedarf, wo man eben wirklich genau hinschauen muss. Und wie gesagt, für mich sind es so ein bisschen natürlich auch die Parallelen, ich sage jetzt mal Stichwort Luckin Coffee, schon vorhin, wo man sagen kann, vielleicht wirklich auch ein substanzielles Geschäfts-Business oder ein Business insgesamt, Geschäftsbereich, aber vielleicht ein bisschen zu viel heiße Luft drin, oder? Ja, es ist schwierig. Ich habe am ersten Moment auch gedacht, boah, da sind sie wieder zurück und rächen sich oder so in der Art und Weise. Und man muss ja mal, ja, ich habe auch keinen Mitleid, wenn sie so wie bei GameStop oder so mal ein bisschen auf die Mütze kriegen, wenn es so exzessiv ist, dass 130 Prozent des Freeflows geschortet sind. Da muss ich sagen, alles gut gemacht. Hier ist es wieder, dass es aber auch auf der anderen Seite auch gut gemacht ist. Ich habe mir das ja angeguckt und da muss man ja sagen, die Short-Seller haben ja früher mit einem Bericht einfach auf ihrer Seite schon für Verunsicherung gesorgt. Aber da sind wir ja mittlerweile eine Stufe weiter. Wenn ich mir jetzt angucke, wie Wolfpack das gemacht hat, da wird ja nicht nur der Bericht geschossen, da wird jetzt mittlerweile mit Fotos geschossen, da wird auf Twitter Feuer freigegeben, da gibt es direkt auch ein 30-minütiges Video irgendwo dazu, wo man sich das angucken kann. Also wir müssen auch sagen, die Short-Seller haben hier, um die Leute zu verunsichern, schon Next Level erreicht, wenn man davon irgendwie sprechen kann. Und das macht es natürlich immer schwieriger, tatsächlich auf den ersten Blick zu erkennen, ist es tatsächlich nur jetzt eine gut ausgenutzte Situation, oder steckt jetzt noch wirklich was dahinter? Man hat ja hier Fotos gesehen von ihr, wo es eine Produktionsstätte sein soll, die angeblich schon produziert, wo einfach nur das Firmenlogo hängt vor einer leeren Fabrik, wo drinnen auch noch mal nichts ist. Und sie haben dann auch geschrieben, hier sollte schon längst produziert werden und es ist noch nicht mal ein Arbeiter eingestellt. Ich meine, sowas ist natürlich tatsächlich Grund zum Zweifel. Wenn man sich ein bisschen mit China auskennt, in der Vergangenheit, dann weiß man ja auch, dass sie auch teilweise Geisterstädte haben, und weil sie nur, um die Wirtschaft zu beleben, Geld reingepumpt haben, dort wurde was gebaut. Und ob da später einer einzieht oder nicht, war ja egal. Und das ist, was wir ja auch so ein bisschen kennen, das lässt einen schon so ein bisschen stutzig werden. Dann muss man sagen, es ist wirklich schwierig und die Reaktion war ja natürlich auch wieder dann ein bisschen dürftig. Ich meine, wenn die Fotos zeigen, dass in der Fabrik nichts los ist, dann kann ich in fünf Minuten ein Foto zeigen, dass in der Fabrik was los ist. Das hat IHANG aber nicht gemacht. Die haben diese normale, erst mal mit dieser ganz normalen Aktion reagiert, an den Vorwürfen ist nichts dran, wir werden sie irgendwann wieder legen. Das war nur so die erste Reaktion. Das sehen wir ja immer. Das beruhigt natürlich keinen. Obwohl man sagen muss, die Aktie ist danach ja auch wieder um 60 Prozent gestiegen. Jetzt hat aber auch noch eine große Kanzlei in den USA Aufruf zur Sammelklage gegen IHANG gemacht und haben gesagt, die haben falsche Gutachten für ihre Drohnen. Weißt du was? Nee, sorry. Falsche Angaben im Prospekt oder sowas? Nee, die haben falsche Zulassungen beantragt. Angeblich haben sie für Europa und USA, jetzt habe ich nur die Zulassung quasi für eine normale Drohne beantragt, obwohl sie ja eigentlich Passagierdrohnen herstellen. Und dafür haben sie eben nichts beantragt. Und jetzt deswegen gibt es dann unter anderem auch eine Sammelklage. Das hat die Aktie ja wieder 20 Prozent nach unten gedrückt. Jetzt muss man gucken, es ist viel Unsicherheit drin. Ich würde jetzt erst mal bei dem Wert tatsächlich, das ist jetzt wieder zum reinen Zockerwert verkommen, weil man nichts wirklich beweisen kann in die eine oder in die andere Richtung. Für mich hat IHANG verschlafen, hier einfach ein Foto zu posten und zu sagen, ja, die sieht ja gar nicht aus. Die Fotos sind ja wahrscheinlich echt, aber man kann jetzt auch sagen, die sind vor zwei Jahren entstanden, als sie die Fabrik erst gebaut haben. Und dann kramen wir die jetzt mal raus. Man kann ja auf so einem Foto auch nicht direkt erkennen, welches Jahr es ist. Dann darf man auch berechtigte Zweifel haben, dass die während der Corona-Pandemie mal eben von den USA nach China fliegen und da Fotos machen. Also muss sie da drüben einer gemacht haben und dann irgendwie geschickt haben. Also es ist alles so ein bisschen, man kann beide Seiten anzweifeln. Und Unsicherheit ist der Aktie tot, finde ich. Und deswegen würde ich dir sagen, bei IHANG geht man jetzt erst mal an die Seite. Man kann wirklich nicht seriös einschätzen, ob das jetzt nur wirklich eine Short-Attacke war. Man muss ja sagen, Zeitpunkt und alles ist ja hervorragend gewählt. Feiertag und alles. Und Aktie vorher extrem in die Höhe geschossen. Einmal, weil der Vorstandsvorsitzende von IHANG bei Bloomberg gesagt hat, wir sind auf dem Weg zum Break-Even, zur Jahreswende. Dann eben noch Herbert Dies, der gesagt hat, so Passagierdrohnen sind auch für uns interessant. Da hat ja jeder gedacht, natürlich, IHANG ist ja ganz weit vorne. Dann steigen die bei denen ein und dann ist es nochmal nach oben gegangen. Also ich würde mich jetzt aus der Spekulation jetzt erst mal verabschieden. Mir ist das einfach zu unsicher. Da kann man jetzt eine Münze werfen und 50-50 machen. Wer da jetzt recht hat, am Ende kann man es nicht genau sagen. Und deswegen, man hat ja schon von der Spitze unheimlich viel verloren. Ich würde jetzt, wenn ich da noch Gewinne hätte, würde ich die jetzt versuchen, so schnell wie möglich erst mal ins Trocknen zu bringen. Und danach kann man immer noch mal gucken, wenn alles bereinigt ist, ob man sich noch für die Aktie interessiert. Wenn wir ein bisschen auf den DAX gucken, die Corona-Zahlen stagnieren. Und im Grunde genommen macht der DAX das Gleiche. Wir haben jetzt schon mehrere Wochen, sehen wir, dass der DAX auf hohem Niveau rund um die 14.000 verharrt, aber weder nach oben oder nach unten sich absetzen kann. Ist das sehr gefährlich? Naja, es ist dahingehend natürlich gefährlich. Weil die Investoren eigentlich mit den Hufenscharen, wie die Windhunde an der Startlinie stehen, eigentlich loslaufen wollen. Aber man weiß halt nicht, wann. Es macht ja keinen Sinn, jetzt loszulaufen und darauf zu hoffen, dass eben der harte Lockdown irgendwann zurückgenommen wird und dann die Wirtschaft wieder ans Laufen beginnt. Sondern es ist natürlich bei vielen Investoren die Frage, wann eben, wie gesagt, dieser Konjunkturaufschung beginnt. Weil das eben beginnen wird, das steht außer Frage. Natürlich wird sich die deutsche Wirtschaft, wenn eben die ganzen Restriktionen vorbei sind, auch wieder erholen können. Aber es geht im Tier ganz klar ums Timing. Und das ist die Situation, in der wir uns befinden. Und deswegen kommt der DAX auch nicht wirklich über die 14.100 Punkte Marke hinaus. Und was auch ein bisschen gefährlich ist natürlich, wenn eben die Impulse aus den eigenen Reihen, aus der eigenen Wirtschaft fehlen, weil man eben hier keine Nachrichten erst mal warten kann. Und man klemmt sich dann, und das haben wir auch im Freitag gesehen, ganz klar an die Entwicklung an den US-Börsen, weil sozusagen dann der Geldfluss, wenn die Aktienbörsen in den USA steigen, steigt sozusagen auch der deutsche Markt mit. Dann hat man hier einen externen Einfluss, der sich natürlich auch ganz schnell eben umkehren kann. Das bedeutet, wenn die US-Börsen dann tatsächlich wieder fallen, dann fällt auch der deutsche Markt, obwohl vielleicht hier überhaupt keine negativen Nachrichten erst mal weiter zu sehen sind und die Situation eigentlich unverändert ist. Das ist ein Phänomen, das haben wir bereits in den letzten Jahren auch des Öfteren gesehen. Deswegen würde ich hier noch wirklich keine Entwarnung geben, um wieder bei unserem schönen klassischen Börsen-Podcast Sinnbild zu bleiben. Ich habe mein Bärenfell weiterhin an, obwohl die Temperaturen jetzt am Wochenende wieder wärmer werden, fange ich auch schon an zu schwitzen. Aber es ist für mich noch kein Grund, das Fell auszuziehen. Und ich glaube tatsächlich, dass wir tendenziell eher nochmal ein bisschen seitwärts laufen. Einen großen Verkaufsdruck kann ich momentan nicht ausmachen. Das hat man ja gesehen, so bei 13.850 am vergangenen, an den vergangenen Tagen. Da gab es ja doch sehr, sehr viele Käufer, die einfach in den Markt reingekommen sind, weil die Erwartungshaltung da ist, dass sich die Wirtschaft wieder erholt. Wir haben ja auch positive Nachrichten, die so ein bisschen in der ganzen Gemengelage untergehen, dass ja der Export tatsächlich gut läuft. Wir haben hohe Nachfrage aus Asien, aus China nach deutschen Produkten und das rettet ja derzeit auch so ein bisschen den deutschen Unternehmen zumindest, die Bilanzsaison. Also, dass man hier eben diese hohe Nachfrage hat, die man eben durch die hohen Exportabhängig oder Exporttätigkeiten befriedigen kann. Jetzt muss halt der Binnenmarkt nachziehen und der zieht tatsächlich dann erst nach, wenn eine klare Regelung und ein klarer Plan nachvollziehbar ist, wann es denn soweit ist. Und ich glaube, das ist auch dahingehend momentan eben in Richtung Politik die Aufgabe, dass da eben eine klare Strategie vorgelegt werden muss. Und nicht einfach, ja, wir machen bei Inzidenzzahlen von 50, 35 und dann nimmt man es wieder runter, nimmt es wieder hoch, keine Ahnung. Also, das sind alles so ein paar Dinge, die momentan doch für Unsicherheit sorgen. Nicht nur bei den Menschen, sondern eben natürlich auch bei den Investoren. Und das muss man einfach so sehen. Und deswegen ist die Zurückhaltung, zumindest aus meiner Sicht heraus, und die Stagnation, die wir sehen, ganz klar nachzuvollziehen. Siehst du es ähnlich oder hast du da andere Punkte noch gefunden? Ja, so ein bisschen. Ich muss mich aber erst nochmal korrigieren. Ich habe gerade nochmal, während du geantwortet hast, auf die Seite von Ian geguckt und die haben tatsächlich doch die Fotos widerlegt. Also von daher muss ich sagen, gut, muss ich mich da auch korrigieren. Nicht, dass jetzt wieder irgendeiner denkt, der Weingang hat nicht genau recherchiert. Doch, es gibt Fotos, wie dieses Werk aussieht, aber trotzdem jetzt mit der Klage, die Unsicherheit ist mir dann auch noch ein bisschen zu groß. Aber man hat Fotos am 17. und 18. auf der Seite, kann sich das ja jeder nochmal angucken, veröffentlicht, wie es angeblich jetzt in Jungfu aussieht. Also muss ich da meine Meinung noch schnell revidieren. Zum DAX weiß ich nicht. Ich bin ein bisschen unschlüssig jetzt gerade. Und ich finde, das heißt ja immer, die Hosse nährt die Hosse. Und ich glaube, wir kommen so langsam wirklich in den Bereich, wo keiner mehr da ist, der kaufen will aktuell auf dem Niveau. Und das ist immer so ein bisschen gefährlich. Deswegen glaube ich, dass wir vielleicht, ja, vielleicht nicht im Großen und Ganzen, ich sage mal, dass wir diese Korrektur immer in einzelnen Werten oder sonst was sehen. Wenn wir jetzt zum Beispiel auf Wasserstoff gucken oder so, da hat glaube ich die größten Namen mit den schnellsten Anstiegen, die haben immer gut um 30, zwischen 30 und 40 Prozent korrigiert. Das ist ja auch schon mal was. Und das ist ja auch gesund. Und von daher weiß ich nicht, ob das jetzt alles noch so ist. Ich glaube, wir sehen so gerade die letzte Welle. Und das ist ja immer so ein bisschen gefährlich. Und da kann es dann gut aus sein, dass irgendwann, irgendwer mal die Lust verliert und dann auch die Seite wechselt und dann auf einmal haben die Bären das Fell an. Dann kannst du da ganz groß mit auftrumpfen. Kannst du dir. Und ich bin da so ein bisschen skeptisch. Jetzt wird auch immer auf den steigenden Zinsen und auf die immer größer werdende Inflation hingewiesen. Ist ja auch alles richtig. Aber ich glaube, dass die FED auch hier in weiser Voraussicht ihre starre Haltung an die Inflationsziele ja mit Absicht aufgeweicht hat. Und jetzt in solchen Fällen, die wir jetzt gerade sehen, wo eben auch das ja auch besonders daran liegt, dass die Inflation steigt in erster Linie an den Energiepreisen. Das Öl kennt ja zurzeit kein Halten mehr nach oben. Und der Strom, wie wir in Texas jetzt gesehen haben, wird auch extrem teuer und alles. Das hängt ja auch in erster Linie damit zusammen. Und jetzt befürchten ja alle, dass die FED ihre Geldpolitik deswegen ändern könnte. Ich glaube das nicht. Die haben das mit Absicht im Vorhinein schon gemacht, um jetzt auch bei solchen Dingen weiter eine Begründung zu haben oder weiter im Markt aktiv sein zu können, solange die Konjunktur noch nicht so robust ist, wie Sie sich das vorstellen, glaube ich, dass Sie auch eine höhere Inflationsrate akzeptieren werden. Egal, ob die bei drei liegt oder sonst was. Das würden die dann auch noch monatelang mit durchziehen. Also ich sehe das nicht als Vorwarnung, dass die FED eben ihr Ziel ändert. Und ich sehe ja einfach aktuell, haben wir wirklich einen riesen Run auf die Börse gesehen und der ist jetzt irgendwann vorbei. Wir haben es ja November, Dezember, als die US-Indizes angefangen haben, Richtung Allzeithoch zu kratzen, haben wir vielleicht so die letzte Welle gesehen, die an dem Markt strömt. Wir kennen das ja auch von früher. Da läuft die Börse hervorragend. Dann springen die Medien drauf auf und sagen, juhu, an der Börse konnte man sich gerade doof und dusselig verdienen. Und dann kommt so noch die letzte Welle der Käufer noch hinzu, die das lesen und denken, oh, ich will mich auch noch doof und dusselig verdienen. Und dann kommen die nochmal rein, treiben den Markt noch ein bisschen nach oben und dann auf einmal ist aber auch Schicht im Schacht erstmal. Und ich glaube, dass wir so ein bisschen in diese Position kommen. Und das ist dann so ein bisschen gefährlich. Also ich bin echt extrem vorsichtiger geworden. Ich finde, viele, viele Unternehmen sind gute Unternehmen, muss man auch sagen. Also jetzt nicht irgendwie Luftnummern oder sonst was, sondern wirklich viele gute Unternehmen sind aber schon extrem überbewertet. Wir haben hier schon über eine Walt Disney gesprochen. Jetzt haben sie den Streaming-Dienst nochmal verändert. Neues Angebot. Aber im Grunde genommen lebt Walt Disney nur davon. Und das ist ein Beispiel für viele, dass viele Unternehmen mit sehr wenig vom ursprünglichen Geschäftsmodell, wenn wir es mal so nennen wollen, oder vom ursprünglichen Geschäft am Leben haben, aber auf Allzeithoch sind. Und das, finde ich, ist gefährlich. Ich glaube, das setzt sich jetzt auch so ein bisschen durch. Nicht umsonst stagnieren eine Apple, eine Amazon und wie sie alle heißen jetzt auf hohem Niveau, ähnlich wie der DAX, weil einfach auch nicht mehr so viele Käufer da sind, die sagen, okay, auf dem Niveau muss ich jetzt tatsächlich noch in eine Apple rein oder sonst was. Warren Buffett hat ein bisschen reduziert, auch zum Beispiel bei Apple. Und das zeigt so, glaube ich, dass aktuell, weiß ich nicht, mir fehlt jetzt die Käuferschicht, die noch in den Markt kommen kann, um das Ganze noch ein bisschen nach oben zu treiben, weil ich denke, die Institutionellen selber, die haben auch schon Schmerzen, auf dem Niveau bei vielen Unternehmen einzusteigen. Deswegen müssen wir mal gucken, ob man jetzt noch kleinere Sonderstories findet, die jetzt laufen werden oder eben größere Korrekturen wie zum Beispiel, aber das hast du nachher noch mit dabei, Plug Power ist ja auch so ein Beispiel dafür. Jetzt habe ich schon Warren Buffett angesprochen, der hat ja bei Apple reduziert, aber er hat groß in Öl bei Pharma nochmal aufgestockt und vor allen Dingen 5G. Wir sprechen ja hier immer, was sind die nächsten Megatrends und wenn so Größen wie Warren Buffett auf diese Bereiche aufspringen, haben wir dann schon die nächste Spielwiese ausgemacht? Na gut, zumindest darf man halt nicht vergessen, das ist ja genau seine Spielwiese. Warren Buffett beziehungsweise muss man hier auch relativ sehen, er hat ja auch ein Team, er ist ja nicht nur alleine, sondern ist er sozusagen der Hauptprotagonist, der nach vorne, die Gallionsfigur, die nach vorne gezeigt wird, aber er ist dann natürlich auch ein Team hinter und das ist nachvollziehbar, was hier passiert ist. Wir haben ja in dem Podcast auch schon öfters darüber gesprochen, dass 2021 und fortfolgende Jahre dann eben durchaus so eine Renaissance der Old Economy bedeuten können. Du hast hier Branchen aufgezählt, die klassische Vertreter aus diesem Sektor oder aus diesem Wirtschaftsbereich sind. Öl, Pharma, 5G, jetzt wird der eine oder andere aufjaulen und sagen, ja, wieso in Öl? Macht doch keinen Sinn. E-Mobility ist doch ganz weit vorne und wir werden uns von fossilen Brennstoffen verabschieden. Ja, ist alles richtig, aber vielleicht hier auch nochmal zum Nachschenken. Es dauert eben noch einige Zeit. Das heißt nicht, dass wir jetzt hier tatsächlich in den kommenden Monaten eine Abkehr von den fossilen Brennstoffen sehen werden, sondern frühestens in 5 bis 10 Jahren und darauf setzt eben dann eben auch Warren Buffett und wir haben ja auch noch zwei andere wichtige Ereignisse gesehen, die eben das auch nochmal untermauern. Zum einen haben wir einen Ölpreis jetzt gerade in den USA bei der wichtigen Sorte WTI über 60 US-Dollar jetzt gesehen und über 50 fangen eben die Breite der Ölform wieder an, wirklich Geld zu verdienen über 50 US-Dollar, sind wir jetzt sozusagen drüber. Das bedeutet, dass wir hier natürlich einen ordentlichen Gewinnhebel erwarten können, wenn sich das Preisniveau auf diesen aktuellen bei 60 Dollar stabilisieren kann und halten kann, dann sind die Chancen gut, dass wir hier eben wirklich dann eben hohe Gewinne wieder in der Branche sehen und darauf setzt er den Warren Buffett auch. Wir sehen hier teilweise Unternehmen mit sehr, sehr hohen Dividendenrenditen nach wie vor. Das ist ja im Endeffekt auch ein Anlagekriterium, was er auch immer wieder hervorgeholt hat. Des Weiteren, was auch interessant war, wir sehen hier Konsolidierungsbestrebungen. Wir hatten Spekulationen, Chevron mit Exxon, das ist ja auch nicht aus der hohlen Hand geholt, sondern wir sehen hier wirklich erste Anzeichen dafür, dass tatsächlich solche Megazusammenschlüsse stattfinden könnten. Das alte Motto, wo auch Rauch ist, ist auch Feuer. Und darauf könnte ich mir vorstellen, wird eben auch hier der Altmeister in der Investitionstätigkeiten setzen. Und der ganz wichtige Aspekt, es ist jetzt bekannt geworden, das heißt, dass die Unternehmen, Investmentunternehmen natürlich nicht Near oder Realtime ihre Transaktionen bekannt geben, sondern auch teilweise mit einem Versatz von 14 Tagen Zeit haben. Das bedeutet, dass hier schon der Einstieg natürlich auf wesentlich früher teilweise stattgefunden hat, ehe man das dann sozusagen publiziert hat. Das ist ja auch irgendwo logisch, man brüllt ja nicht raus, ich investiere jetzt in Ö-Unternehmen und macht das dann, sondern man hat natürlich schon seine Position eingenommen und ist dann sozusagen gesetzlich verpflichtet, das eben in bestimmten Publizitäten oder in bestimmten Formen eben bekannt geben zu müssen. Und von daher nachvollziehbar. Pharma auch natürlich ein ganz, ganz wichtiger Sektor und auch ein ganz klassischer Sektor eben auch durch die ganzen Themen, Impfstoff und so weiter und so fort, ist hier natürlich auch eine ganz neue Dynamik reinkommen und 5G hatten wir an der Stelle auch schon mal drüber gesprochen. Es ist eben notwendig und zwar ist es kein B2C, also es ist kein Business to Customer Bereich, sondern es ist eben ganz klar im B2B Bereich. Hier werden halt viele gar keine großen Veränderungen mitbekommen, aber die Unternehmen, die Telekommunikationsunternehmen, die da gut aufgestellt sind, die werden tatsächlich richtig, richtig viel Geld im B2B Bereich verdienen können, wenn man die Infrastruktur zur Verfügung stellt und zum Beispiel bei IoT autonomes Fahren und gerade was alles künstliche Intelligenz und so weiter angeht, da braucht man eben wirklich fast Real-Time-Datenverarbeitung und deswegen ist diese Technologie sehr wichtig und vor allen Dingen, was ganz interessant ist, es wird ja bereits schon über 6G spekuliert, das aber nochmal schon vorweggenommen, jetzt ist 5G erstmal das Thema und von daher aus meiner Sicht daraus zumindest nachvollziehbar oder glaubst du, dass Warren Buffett da auf dem Holzweg ist? Nö, glaube ich nicht, ich glaube, wird jetzt ein bisschen, du hast ja selber gesagt, er hat ein neues Beraterteam, er hat zwei neue Jungs an seiner Seite, die auch mit ihm zusammen die Entscheidung treffen, jetzt kann man vielleicht über sein Alter spekulieren und sagen, vielleicht machen die zwei es alleine und wie du schon gesagt hast, der Frontman geht raus und erzählt es, sein Name steht immer noch dafür, man sieht auch, die Anleger folgen ihm auch immer noch, Chevron und Verizon hat er gekauft, die sind beide gestiegen zwischen 3 und 5 Prozent bei so großen Werten, muss ich schon sagen, muss man sagen, da folgen ihm immer noch eine ganze Menge und Apple war ein bisschen unter Druck, weil er da reduziert hat. Was ich da sagen muss, ist ganz klar, die Branchen, die er sich ausgesucht hat, die werden noch laufen. Pharma ist immer was wert, was ich gut finde, ist, er hat sich auch bei Pharma so ein bisschen, er hat bei Pfizer reduziert, hat aber bei Appley Bristol-Myers-Grip und Merck aufgestockt. Also jetzt sage ich mal, drei Aktien, die in gewisser Weise abseits von Corona laufen, Merck ja nicht ganz so, aber Appley, und da muss ich sagen, er setzt ja auch auf die Zukunft, kann man alles machen, 5G wissen wir selber, ist immer mehr im Gespräch, auch für die Automobilindustrie, wenn die ganzen E-Flitzer kommen, die ja alle drinnen auch 5G brauchen, ist das auf jeden Fall ein neues Spielfeld und wird auf jeden Fall ausgebaut werden. Das kann sich dann ja auch keiner mehr erlauben, dass er nicht immer diese Technologie nutzt. Also von daher finde ich, klar hat er alles richtig gemacht, es wird auch wohl nicht mehr so sein, dass, ich glaube, er hat auch so einen Fehler, so bei Kraft Heinz, wenn man jetzt drauf guckt, muss man ja sagen, im Grunde genommen hat er ja trotzdem nichts falsch gemacht. Wir sind zwar brutal abgestürzt, aber da zeigt sich auch so ein bisschen wieder, wenn man Geduld hat und Geduld hat und Geduld hat und jetzt mal auf die Aktie von Kraft Heinz guckt, dann ist es ja immer noch, ist es ja fast schon wieder ausgebügelt. Also so, obwohl es so nach unten ging, muss man sagen, war ja gar nicht so schlimm, wenn man die Geduld hat bei so einer Aktie. Und das ist ja auch so ein Vergleich mit der neuen Jugend, die ja ziemlich schnell immer hin und her und Aktie fällt mal drei oder vier oder fünf Prozent und dann muss die eigentlich direkt schon wieder raus oder warum steigt meine Aktie heute nicht um zehn Prozent. Was ist da los? Und wenn man sich so Kraft Heinz anguckt, geht es wieder auf einen guten, ist es ja jetzt wieder auf einen guten Weg. Natürlich sind noch fünf Jahre sich 50 Prozent unterwert, aber wenn wir überlegen, wie viel das vorher war. Ich glaube, das wird sich jetzt auszahlen. Ihr habt jetzt halt den Widerstand gebrochen und Kraft Heinz ist auch eine Sache, wo er bald irgendwann wieder auf ein anderes Niveau kommen wird, bevor wir diesen Abrutscher hatten. Also ich denke, wenn man hier Geduld hat, ist es auch nicht schlecht und das zeigt einfach, dass man hier so ein bisschen quasi auch, wir müssen mal auf Economy beziehen, Old Economy mit Young Economy zusammengeht. Ich hätte mir gewünscht, der Buffett hätte sich ein Bitcoin noch gekauft. Dann wäre das Ding, glaube ich, dann extrem durch die Decke gegangen, wenn jetzt auf einmal auch noch Warren Buffett gesagt hätte, Bitcoin ist mein Ding oder die Jungs, die ihn beraten, haben eben gesagt, Junge, wir müssen auch auf Bitcoin setzen. Dann glaube ich, wäre der Bitcoin jetzt schon noch höher als er eh ist. Wir sind ja schon irgendwie bei 55, ist ja unerführbar. Entschuldigung. Und was ich noch interessant finde, ist, er hat Barrick Gold komplett wieder rausgeworfen. Buffett war ja nie ein Fan so richtig von Gold und jetzt mit der Beratung von seinen Jungs ist er ja mal bei Barrick Gold eingestiegen, aber die Position hat er wieder komplett aufgelöst. Und da muss ich sagen, da sieht man dann vielleicht tatsächlich, dass er auch nicht mehr so oder auch seine Berater nicht mehr so auf Gold setzen, dass sie sehen, dass Bitcoin hier tatsächlich ihr Gold den Rang abläuft und das war so auch für mich die Spekulation. Raus aus Gold im Grunde genommen und dann warum nicht direkt rein in Bitcoin. Vielleicht kommt das ja noch bei der nächsten, vielleicht sind es ja jetzt im ersten Quartal, das ist ja die Übersicht gewesen vom vierten Quartal 2020, vielleicht sind es im ersten Quartal 2021 tatsächlich in Bitcoin rein und wenn sich das dann bewahrheiten sollte, dann geht Bitcoin noch mehr durch die Decke. Also von daher, ich denke auch, er hat alles richtig gemacht, er hat auch schon immer eine gute Nase bewiesen, auch in den letzten Jahren und da muss man sich keine Gedanken machen, dass Warren Buffett irgendwie falsch liegt. Jetzt kann man sich dann quasi nur überlegen, kaufe ich mir die Werte, die er auch hat oder kaufe ich mir die Aktie von ihm selber. Ich finde, da kann man dann beides immer ganz gut machen, seine Aktie hier, Berkshire Hathaway ist ja auch immer gut unterwegs. So, das war das Wort zu Warren Buffett. Jetzt kommen wir zum Wort zu unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, nämlich Teil 2, wo wir uns Ihren Fragen annehmen. Teil 2 von Come On, meine Damen und Herren, wir kümmern uns um Ihre Fragen, die Sie uns geschickt haben und direkt zu Anfang kümmern wir uns quasi um VW Schrägstrich Porsche. Porsche soll an die Börse gebracht werden, vielleicht zum Jahreswechsel. Ein guter Schachzug, Andreas, und vor allen Dingen, wie könnte dieses Konstrukt aussehen? Die Porsche Holding SE, die sind ja schon an der Börse und die ist natürlich auch gestiegen. Ja, genau, Markus, Sie haben ja auch bereits im Vorgespräch schon drüber gesprochen, dass es gar nicht so eindeutig ist und man hat auch, selbst wenn man sich jetzt in die Wirtschaftsmedien reinarbeitet, gar nicht die Möglichkeit, hier erstmal ganz schnell einen Überblick zu bekommen. Deswegen vielleicht nochmal vielleicht zwei Möglichkeiten, die mindestens im Raum stehen, wenn nicht sogar, gibt es bestimmt noch ganz, ganz viele andere Möglichkeiten, aber zumindest zwei, die wir beide ja gerade auch schon rausgearbeitet haben. Die eine ist die, man erhöht den aktuellen Free-Floor von der Porsche Holding SE, das ist sozusagen die Dachgesellschaft, worunter die Verkaufstätigkeiten der Porsche-Wagen im einzelnen Großhandelsbereich mit gegliedert sind und der Konzern sozusagen, wie soll man sagen, wie eine Art Händlerverbund zu betrachten ist. Das wäre die eine Möglichkeit, weil nämlich Volkswagen größter Aktionär bei der Porsche Holding SE ist und dadurch eine Abhängigkeit ist. Das bedeutet, die Porsche Holding SE als Dachgesellschaft überweist immer schön viel Gewinn in Richtung Volkswagen-Konzern, hat hier natürlich auch eine gewisse Verpflichtung, dann diese Gewinne in Form von Dividenden eben in den Konzern rückzuführen und bekommt da nicht so richtig draus. So, jetzt ist die zweite Variante, die möglich ist, dass man sagt, wir lassen die Porsche Holding SE tatsächlich so, wie es ist und wir bringen den tatsächlichen Produktionsarm, das heißt, da, wo die Fahrzeuge hergestellt werden, die Porsche AG wäre das dann, das wäre dann sozusagen die dritte Aktie aus dem Volkswagen oder sogar die vierte Audi ist ja auch an der Börse notiert oder MAN, gut, also egal, also auf jeden Fall wäre Porsche dann als, da gibt es ja noch mehr, stimmt, Traton und so weiter, aber das wäre dann ein zusätzliches Unternehmen, was eben aus dem Volksfragenverbund als Aktiengesellschaft oder als europäische Aktiengesellschaft SE an die Börse kommen würde. Das würde bedeuten, dass man hier tatsächlich das Autowerk Porsche an die Börse bringt und dann eben die Möglichkeit hat, da eine Unabhängigkeit zu schaffen. Das Konstrukt wird aber unheimlich kompliziert, weil man ja dann folgende Situation hätte, man hätte den Produzenten Porsche an sich, also die Autos produziert an der Börse, dann hätte man die Porsche Holding SE, die sozusagen die Fahrzeuge verkauft an der Börse und man hätte sozusagen die Über- oder die Tochtergesellschaft oder Mutterkonzern Volkswagen an der Börse, die dann jeweils Beteiligung an diesen beiden anderen Unternehmen hat und hier merkt man auch schon, wenn man so ein bisschen tiefer auch reingeht, es gibt da auch im Konzern nicht durchweg positive Worte, sondern hier gibt es schon die ein oder anderen Streitigkeiten auch untereinander, dass man sagt, nee, das macht keinen Sinn, weil es eben dann doch sehr komplex und schwierig in der Handhabung ist, also es bleibt auf jeden Fall spannend festzuhalten, ist aber, dass die Porsche an sich ja eigentlich der Gewinnbringer im Konzern von Volkswagen ist als Marke, also die kleine Marke Porsche verdient eben wirklich richtig, richtig viel Geld und das ist ja im Endeffekt auch der Punkt, weil man nämlich dadurch den insgesamten Unternehmenswert stark steigern kann, derzeit wird die Porsche ungefähr mit 70 Milliarden angesetzt, wenn dann aber ein Börsengang erfolgen würde und zwar jetzt wirklich die Porsche, also die Produktions, der Produktionsarm Porsche im Volkswagen-Konzern könnte dann durchaus mit 100 Milliarden bewertet werden, weil eben der Gewinn, die Gewinn-Dynamik so hoch ist und das bringt natürlich insgesamt Fantasie, weil eben der Volkswagen-Konzern an sich, also mit diesen ganzen Beteiligungen, Porsche plus Porsche Holding AG und natürlich die eigenen Marken Skoda und wie die alle heißen, ja derzeit auch nur lediglich mit, ich gucke gerade mal nach, damit ich Ihnen das falsch erzähle, roundabout 90 Milliarden bewertet wird, das heißt also, alleine die Beteiligung an Porsche würde dann gehoben werden und kann natürlich nochmal richtig Musik in den Volkswagen-Konzern bringen, so jetzt seid ihr alle schön durcheinander fürs Wochenende, wir sind es im Endeffekt genauso, es muss sich halt auch zeigen in Zukunft, was da passieren kann, jetzt auch nochmal direkt auf die Frage, die gestellt worden ist, ja es wäre ein guter Schachzug, das würde aus meiner Sicht heraus sowohl den Unternehmenswert Volkswagen etwas bringen und zwar würde der sich natürlich steigern durch die Beteiligung als auch für Porsche durchaus wünschenswert, weil man hier eine höhere Unabhängigkeit von Volkswagen, von dem Konzern erreichen würde, man würde sich hier auch besser aufstellen können aus meiner Sicht heraus und das zeigt es auch zum Beispiel, wenn man sich Siemens anguckt, bringt das einfach eine viel schnellere Wendigkeit mit, man kann hier schnell Modelle in den Markt bringen, man kann hier schneller gehen, also ich würde den Schachzug durchaus als gut befürworten. Deine ganze Unsicherheit da drin jetzt, der hat jetzt bestimmt jeden Schorzeller hellhörig werden lassen, hast ja jetzt ein super Szenario beschrieben für, man blickt nicht mehr durch und da kommen die direkt, aber wenn es kommt, nicht davon verrückt machen lassen. genau, da wären dann Bilder von Wolfsburg, wahrscheinlich gibt es Wolfsburg dann gar nicht, Wolfsburg ist dann so wie Bielefeld eine Stadt, die im Internet oftmals als Scam oder als Hoax eine Stadt, die es gar nicht gibt, wer weiß, wie wir dann sehen, aber ich habe es ja auf jeden Fall gesehen, ich bin öfters mit dem ICE auch durch Wolfsburg gefahren und ich habe die Werke gesehen, also von daher, ich glaube, die gibt es schon. Aber ja, dem tut es auch, die Nihil-Aktie und die kam in der vergangenen Woche eigentlich mit gar nicht so schlechten Zahlen, aber trotzdem haben viele Aktionäre Gewinne mitgenommen. Ist da jetzt endgültig der Schwung aus der Wasserstoffbranche raus oder ist es nur eine Zwischenkonsolidierung, Markus? Ich glaube, eine Zwischenkonsolidierung, wenn man guckt, nee, darf ich nicht verraten, das du gleich, sage ich nicht, wenn man, müssen wir nachher dann, das läuft ja. Also auf jeden Fall hatten wir zuletzt eine etwas schlechtere Stimmung, auch so ähnlich, wie ich es eben auch schon beschrieben habe, war es, glaube ich, auch beim Wasserstoff, wir hatten den Hype in Europa losgetreten und die Politiker, haben wir ja oft genug hier schon durchgekaut, auch dafür gesorgt, dass im Grunde genommen Wasserstoff jetzt das Heilmittel gegen die Klimakrise ist und da waren die ganzen Aktien gehypt und dann ist alles noch in die USA übergeschwappt und da haben wir so die letzte Welle von Käufern gesehen und jetzt hat das Ganze wirklich richtig konsolidiert und in so einer Phase, wo die Stimmung gerade in der Branche nicht ganz so gut ist, wo auch viele Anleger ihre Gewinne sichern, ist halt in Nähe mit seinen Zahlen reingekommen, nächste Woche übrigens kommen die Zahlen von Plug Power am 25. Da sollte man dann auch genau hingucken, wie du schon sagtest, es gibt Licht und Schatten in der Bilanz, im Grunde genommen gibt es das übliche Licht, was man aber sagen muss, der Schatten wird immer größer und da wollen eigentlich viele Anleger sehen, dass er kleiner wird, im Grunde genommen, kurz zusammengefasst, Umsatz ist gut gestiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, die Auftragsbücher sind im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 90% voller, das ist immer das, was Nähe, womit Nähe glänzt, mit einer Umsatzsteigerung und mit volleren Auftragsbüchern, wenn man jetzt Q4 mit Q3 vergleicht, sind die Auftragsbücher aber eben nur noch um 5% angewachsen, also da fangen wir schon so ein bisschen mit dem Aber an, da könnte man noch ein bisschen mit leben, aber wenn man jetzt aufs EBITDA schaut, dann sieht man, dass sich das Minus hier mehr als verdoppelt hat, wenn wir das Ergebnis unter dem Strich gucken, sieht man auch, dass es sich im Q4 im Vergleich zum Vorjahreszeitraum auch mehr als verdoppelt hat und zwar im negativen Sinne, also mit Minus und das ist vielleicht jetzt in der aktuellen Phase, was den Anlegern nicht mehr reicht, den Hype um Wasserstoff, den haben wir quasi Mitte letzten Jahres so richtig losgetreten und alles und jetzt möchten vielleicht auch Anleger irgendwann mal sehen, vor so einem Player wie Neil, wenn da drunter stehen, nämlich auch 5, 6, 7 neue Aufträge, die alle gekommen sind, als positives Highlight des vierten Quartals, ist ja auch alles schön und gut, aber irgendwie möchte man dann auch sehen, dass es Richtung Profitabilität geht und das sieht man bei Neil eben nicht und das hat die Anleger ein bisschen verunsichert und deswegen ist die Aktie 10% gefallen nach Bekanntgabe der Zahlen. Wenn wir uns aber jetzt den Chart angucken, sehen wir auch mit des Weiteren, dass das fast schon auch ein sich immer wiederholendes Szenario ist. Auch bei den Q3-Zahlen sind es die Aktie danach gefallen, weil man mit den Zahlen nicht zufrieden war. Auch wenn man dann guckt, danach erholt sich der ganze Wert wieder. Wenn jetzt wieder Stimmung in die Branche reinkommt, und ich muss es trotzdem jetzt vorwegnehmen, Plug Power ist am Freitag noch um 11% gestiegen, wieder auch nach dem großen Rücksetzer. Da sieht man, dass vielleicht wieder Fantasie zurückgekehrt ist, die Korrekturphase in der Branche vielleicht abgeschlossen ist, dann kann man auch wieder ein bisschen genauer hingucken. Aber aktuell sind es für mich auch Zahlen, die nicht so überzeugend werden, aber wenn man sich anguckt, wie es weitergeht und wenn es schon wieder reinkommt, dürfte auch eine Nähe wieder mitziehen, bis eben die Q1-Zahlen kommen. Aber da haben wir dann mal fast vier Monate, dreieinhalb Monate. Also von daher, wenn ich die Aktie hätte, würde ich noch drin bleiben, aber mit einem Neueinstieg weiß ich nicht, bin ich zurzeit in der Wasserstoffbranche ein bisschen vorsichtig, wenn sich jetzt andeutet, dass es wirklich alles wieder dreht, dann kann man auch wieder reinspringen. Allianz, die Zahlen auch am Freitag 9,60 Euro Dividende. Ein gutes Kaufargument? Ja Markus, wenn man so ein bisschen auf die Dividende, also als Value Investor, der ja so momentan eher so in die Röhre schaut, weil alle auf Growth aus sind, wenn man sich als Value Investor definiert, dann kann es natürlich durchaus reizvoll sein, sich mal eine Allianz anzugucken mit 9,60 Euro Dividende, aber hier muss man natürlich auch ein paar Aspekte noch berücksichtigen, die ganz wichtig und interessant sind. Zum einen ist die Dividende zwar stabil gewesen, aber wenn man sich das Ergebnisumfeld insgesamt ansieht, dann muss man doch sehen, dass hier ein Ergebnisrückgang von 9% zu verzeichnen sind auf 10,8 Milliarden Euro immerhin noch. Das ist natürlich ordentlich, auch gerade im Anbetracht der Situation, in der wir uns ja insgesamt befinden und der Umsatz halt um 2% rückläufig war. Nun hat aber selbst der CEO beziehungsweise das Management hier auch nochmal bekannt gegeben, dass man eigentlich zwei ganz, ganz große Risikofaktoren sieht, die in 2021 tatsächlich durchschlagen können. Zum einen ist die große Insolvenzwelle ausgeblieben, also auch hier waren die Ausfallrisiken, die eben die Allianz, der Allianz-Konzern insgesamt gesehen hat, noch verhältnismäßig gering und dadurch ist das Ergebnis so stabil noch gewesen und zum anderen und das ist auch ganz interessant, hat natürlich die Vermögensverwaltung spart und hier ist PIMCO und Allianz Global Investors zu nennen, weil die brummt einfach. Also die haben ja wirklich extrem hohe Gewinne eben auch verzeichnen können, die natürlich auch insgesamt zu der starken Entwicklung oder beziehungsweise Stabilisierung dabei getragen haben und da hat man schon den einen oder anderen warnenden Finger natürlich durch die Entwicklung an den internationalen Börsen ist sehr, sehr viel Geld, viel Asset Under Management, wie sie es immer so schön nennt, natürlich auch in Richtung der Allianz geflossen und sollte es jetzt hier eben zu einer Konsolidierung vielleicht sogar zum Crash kommen, dann kann natürlich auch da dieser, jetzt doch die Cash-Cow so ein bisschen dann eben auch natürlich rückläufig sein und das muss man auch betrachten, das heißt also nicht nur wirklich starr auf die Dividende schielen und sagen, Mensch, die ist stabil, die ist gut, sondern eben auch ein bisschen in das operative Geschäftsfeld reinschauen und da sieht es momentan doch ein bisschen, wie soll man sagen, unwegbar aus, um es vorsichtig zu formulieren, also für mich eine Allianz natürlich mittel-langfristig durchaus weiter ein Basis-Investment, aber eben kurzfristig könnte es zumindest in 2021 aus meiner Sicht heraus doch ein bisschen ruckliger werden, also von daher Vorsicht an der Bahnsteinkante, wenn man eben kurzfristig unterwegs ist. Ja, Vorsicht an der Bahnsteinkante, sehr schöne Überleitung, die hier zufällig gerade entstanden ist, Vata, Independence Day angekündigt auf den 18. Februar. Nun frage ich mich, war das der Vergleich mit dem Katastrophenfilm Independence Day oder haben die da irgendwie was gesehen in der Meldung, was ich nicht gesehen habe? War es ein großer Reinfall oder ist es eine große Chance gewesen, Markus? Ja, wenn wir es mit dem Film vergleichen, ist es ein Katastrophenfilm, aber natürlich am Ende mit Happy End, wo dann Jeff Goldblum und Will Smith mit einer riesen, dicken Zigarre im Mund, als die Helden der Nation gefeiert werden und dann da hinkommen. Ich glaube, es ist ein bisschen, ja, ich weiß nicht, unterschätzt worden, welche Erwartungshaltung man weckt mit sowas gerade aktuell. Wir haben ja an der Börse eine unheimlich hohe Erwartungshaltung und Vata, wir hatten erst diesen kurzen, angeblichen Short-Squeeze nach oben und dann wieder zurück. Dann hat man gesagt, okay, wenn die Zahlen kommen, wird es sich bewahrheiten und dann hat Vata tatsächlich an dem Tag, wo sie ihre Zahlen vermelden, vorher noch so eine Aktion gestartet, wo sie dann auf ihrer Homepage und auch über Facebook den Independence Day ausgerufen haben. Da hat jetzt natürlich jeder damit erwartet, dass ein eventuell ein neues Produkt kommt und sei es nur eine neue Mini-Batterie für Wearables oder sonst was, sondern jeder hat jetzt da wirklich, da hat man die Messlatte unheimlich hoch gelegt und dann war der Independence Day übrigens auch am Tag der Batterie, dass man auch noch mal noch mehr Brisanz dazu gibt, war es dann einfach nur, dass man sein Logo ändert und das war dann halt viel zu wenig. Die Zahlen waren gut, muss man sagen. Das Ganze ist im Spektakel, dieses Independence Day aber untergegangen und dann kamen noch eben, dass viele Analysten für 2021 beim Umsatz schon das Knacken der Milliardengrenze auf dem Schirm hatten und Warta dann einen Ausblick geliefert hat, der nur bei 940 Millionen Euro lag. Das hat dann so in der Gemengenlage dazu geführt, dass die Aktie erstmal zweistellig abgerauscht ist, weil eigentlich im Grunde, man müsste das sich vormachen, jeder von uns hat gedacht, sie verkünden den Einstieg in die Produktion von Autobatterien für E-Mobility, aber ja, das dauert wohl noch ein bisschen und da hat Warta, glaube ich, wirklich unterschätzt, welche Erwartungshaltungen sie mit dieser Aktion geschürt haben. Ich glaube, da hat man danach ein bisschen bedröppelt im Office gesessen, weil man eigentlich gedacht hat, yeah, wir machen was Gutes und dann ist der Schuss in diesem Sinne echt so ein bisschen nach hinten losgegangen. Aber ich glaube, der jetzt dann diesen Rücksetzer ausnutzt, der läuft irgendwann am Ende dann doch wie Jeff Goldblum und Will Smith mit einer dicken Zigarre im Mund rum, weil es dann letztendlich aufgegangen ist. Weil eins muss man auch bedenken, Warta ist dafür bekannt, dass sie eher konservativ planen noch lieber zwei- oder dreimal im laufenden Geschäftsjahr die Prognose erhöhen, als jetzt mit einer Prognose rauszupreschen, die oberkante Unterlippe gestrickt ist. Das ist nicht der Stil von Warta. Das ist auch in Ordnung, kann man alles machen. Von daher glaube ich schon, dass sie am Ende des Jahres die Grenze oder die Marke von einer Milliarde beim Umsatz geknackt haben. Aber dann haben sie dazwischen halt entweder schon nach dem ersten Halbjahr oder nach dem zweiten Halbjahr die Prognose dahingehend erhöht. Und dann wird die Aktie ja auch wieder ein bisschen anziehen. Von daher muss ich sagen, es fällt unter die Rubrik dumm gelaufen und so nicht gelaufen wie vorgestellt. Und ja, aus Fehlern wird man klug. Warta ist nicht Apple. Wir haben ja quasi so ein bisschen einen auf Apple gemacht. Und von daher finde ich es gar nicht mal so schlecht, hat sich vielleicht für viele auch, jetzt kann sich jetzt dadurch noch eine Chance ergeben. Eine Chance ist auch Zalando. Kinevik, der Großinvestor steigt komplett aus. Ist das gut oder schlecht für Zalando? Ja, eine schöne Frage. Also hier kann man natürlich pauschal nicht sagen, ob wenn der Ausstieg eines Großinvestors stattfindet oder verkündet wird, ob es denn tatsächlich gut oder schlecht ist. Da sind wir auch schon wieder so ein bisschen bei der Frage mit Porsche. Es kann gut sein, weil man natürlich dann eben auch wieder eine Unabhängigkeit, größeren Freeflow, größere Aktionärsbreite hat und sozusagen keinen beherrschenden Ankerinvestor mehr drin. Kann aber auch teilweise schlecht sein, weil Zalando, denke ich, muss man sich halt auch den Grund dafür anschauen und Kinevik ist halt nach eigener Definition eher ein Investor, der in Frühphasen bei Unternehmen einsteigt, also bei jungen, wilden Unternehmen und da eben die Wachstumschancen, die sich daraus ergeben, einfach wahrnehmen will und wenn man halt sieht, dass Zalando ja doch hier schon ein in die Jahre gekommenes Technologieunternehmen ist, was jetzt nicht schlecht ist, sondern schon natürlich auch eine gewisse Marktreife jetzt hat, dann findet sich Kinevik hier vom Investmentansatz einfach nicht mehr wieder und so wurde es ja auch dann publiziert beziehungsweise so hat man es eben kommuniziert, dass man eigentlich sich eben von der Beteiligung 21 Prozent hält, man eben an Zalando sozusagen jetzt dann befreien will, dass man dann jetzt wieder eher den Fokus auf junge Unternehmen richten will und ich glaube, das hat dahingehend wirklich wenig mit der Güte an dem Unternehmen Zalando oder von dem Unternehmen Zalando zu tun, sondern vielmehr eben auch die Tatsache, dass natürlich Kinevik hier schon 800 Prozent Gewinn verzeichnet hat von dem Initialinvestment in Zalando und da juckt es natürlich dann auch einfach zu sagen, ja, wir nehmen die Gewinne mit, also von daher kann man das auf der Seite schon nachvollziehen, Zalando ist eben auch in der Branche, die in dem letzten Jahr natürlich auch überproportional durch die ganzen Stay-at-home-Aktivitäten profitiert hat, da braucht man gar nicht weit gucken, Amazon, Alibaba und so weiter, haben alle davon profitiert, Zalando auch, von daher denke ich, Zalando wird auch ohne Kineweg weiter in den Weg gehen, man ist halt nicht mehr so stark abhängig eben von einem großen Ankerinvestor, sondern ist eben wirklich ein marktreifes Unternehmen geworden, wie gesagt, im MDAX notiert und von daher denke ich, wird das kurzfristig vielleicht ein bisschen Druck auf die Aktie ausüben, aber langfristig keinen großen Einfluss auf die Kursentwicklung und das Geschäftsmodell von Zalando haben. So, Teil 3, wir gucken, welche Aktien im Fokus stehen bei OnVista und bei der kommen direkt. Auch wenn ich mich wiederhole, wir sind bei Teil 3 und da gucken wir erst auf Xiaomi, Xiaomi, die sind bei der kommen direkt im Fokus, in welche Richtung? Ja, gesucht, Markus, da haben wir ja doch einige interessante Nachrichten in den letzten Tagen auch gesehen und Spekulationen gehört. Im Vorfeld waren die Aktien ja eher so ein bisschen auch unter Druck gekommen beziehungsweise haben Konsolidierungen eben vollzogen in den letzten Wochen, weil man eben nicht wusste, ja, wie geht das jetzt weiter, chinesische Aktien in den USA, Technologieunternehmen, etc., da sind sie eben doch ein bisschen seitwärts gelaufen beziehungsweise haben doch die ein oder anderen Kurs Verluste hinnehmen müssen und in den letzten Tagen gab es dann nochmal so eine richtige Neudynamik, neuen Schwung. Zwei Aspekte, die ich finden konnte, zum einen das neue Xiaomi-Telefon Mi11, was direkt von der Technologiepresse gelobt und hochgehoben wurde als richtiger Konkurrent eben zu in Richtung Samsung und Apple und natürlich, was denke ich mal die wirkliche Hammermeldung war, der angebliche oder geplante Einstieg in die Fahrzeugproduktion, der natürlich dann dafür gesorgt hat, dass hier richtig Fantasie reinkommen ist, nicht das erste chinesische Unternehmen, was diesen Schritt erweckt, wir haben es bereits bei Baidu und bei anderen Technologiekonzernen gesehen, wo diese Spekulation da ist und für richtig heftige Kursgewinne gesorgt hat. Palantir, da war ja auch einiges los, Markus, bei euch gesucht, die Gründe? Früher hat man böse gesagt, wenn nichts wird, 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 und jetzt finde ich, wenn ich es, ich will es ja alles nicht unter den Scheffel stellen, aber wer jetzt alles ein Auto bauen will, irgendwie ist mir das Ganze ein bisschen zu viel. Ja, Palantir baut kein Auto, da haben wir noch mal Glück gehabt, die haben jedenfalls noch nicht bekannt gegeben, dass sie Autos bauen, die sind am Freitag wieder nach oben geschossen, alle haben natürlich geguckt, warum die Aktie so viel verloren hat in der letzten Zeit, muss ich sagen, in dieser Woche, ich glaube, Donnerstag sogar, ist die quasi die Lock-Up-Phase ausgelaufen, die haben ja nicht den normalen Weg an die Börse gewählt, und deswegen war bei allen, die schon Aktien hatten, irgendwie so eine Klausel drin, dass sie bis zum, bis Donnerstag, nur 20 Prozent ihrer Anteile quasi in Cash umwandeln konnten, und seit vergangener Woche ist es halt so, dass jetzt jeder seinen Cash-Anteil selbst bestimmen kann und so viele Aktien in den Markt schmeißen kann, wie er möchte, und deswegen ist die Aktien da natürlich, weil es wahrscheinlich auch einige gemacht haben, direkt mal ein Stück nach unten gerauscht, jetzt ist sie dann am Freitag wieder auch 11 Prozent nach oben gegangen, also ich finde, wenn man sich den Ausblick anguckt, die Zahlen haben ja auch so ein bisschen belastet, wenn man ein negatives, also unterm Strich, einen Verlust hatte, der so nicht erwartet wurde, da hatte man schon mit einem Plus gerechnet im vierten Quartal, ich finde, wir haben jetzt hier ein ganz schönes Niveau, wo man sich die Aktie tatsächlich ganz weit oben auf die Watchlist legen sollte, und was machen die Leute bei euch mit Moderna? Ja, die werden auch gekauft, natürlich ist das Impfstoffthema wieder in aller Munde, hier Nachbestellung von der EU und nicht nur bei AstraZeneca, sondern generell bei den ganzen Impfstoffproduzenten und da gucken natürlich viele Investoren beziehungsweise Kunden dann auch von der Comdirect, welche Unternehmen werden immer wieder genannt, es sind natürlich auch dann die Aktien von Moderna und demzufolge auch bei uns heute in dieser Woche unter den Top-Titeln bei den meistgehandelten Werten. Kali und Salz, da war ja auch wieder einiges los. Kali und Salz, Gott erhalts, die BaFin denkt an das, hat eine Sonderprüfung angeordnet des Geschäftsberichts für 2019 und fürs erste Halbjahr 2020. Ja, die BaFin zieht die Zügel an, K&S bekommt es jetzt zu spüren, ob was dran ist oder nicht, ist jetzt wieder reine Spekulation, aber wir wissen natürlich auch, was so eine Nachricht mit dem Kurs anstellt und wir haben es auch gesehen, die Erholung bei K plus S ist erstmal vorbei, BaFin überprüft, man muss gucken, ob was dran ist oder nicht. Ähnlich wie bei E-Hang haben wir jetzt hier eine Unsicherheit im Markt und deswegen würde ich die Aktie erstmal auf meiner Watchliste ganz nach unten setzen. Du hast es mir im Vorfeld schon gesagt, wir gucken ja, ob im Wasserstoffbereich die Konsolidierungsphase oder die Korrekturphase vorbei ist. Wenn du so ein bisschen bei euch reinguckst und auch auf Plug Power guckst, kann man dann sagen, ist vorbei, die greifen wieder versteckt zu? Ja, zumindest ist es interessant, genau. Ich habe Plug Power einfach mal exemplarisch reingenommen, weil ich gesehen habe, dass unter den Top Ten oder beziehungsweise Top Sieben der ausländischen Aktien alleine fünf Aktien aus dem Wasserstoffsektor zu finden sind. Das ist halt Plug Power natürlich, Nel, Ballard Power, Fuel Cell Energy und ITM Power und deswegen habe ich die Plug Power halt auch nochmal mit reingenommen, weil auf der einen Seite kann er natürlich schon so ein bisschen unheimlich werden, weil dieses Thema wirklich so omnipräsent ist. Wir haben es ja bereits auch vorhin bei dem Teil 2 zu Nel halt schon besprochen oder du zumindest und das zeigt sich eben auch generell im Sektor, die Nachfrage beziehungsweise die Handelsaktivitäten bei diesen Aktien ist verdammt hoch und das kann auf der einen Seite gut sein, aber eben auch ein Warnzeichen und von daher, aber die Plug Power Aktien wirklich auch mit unter den meistgehandelten Werten, hier natürlich auch die hohe Volatilität, du hast es bereits angesprochen, 11% plus eben und von daher kann man gar nicht so richtig sagen, werden die Aktien jetzt wirklich nur reingesucht, also gekauft. Ich glaube eher, dass wir hier wirklich eine hohe Trading Aktivität sehen, das heißt natürlich hohe Volatilität, hohe Schwankungsbreiten führen einfach dazu, dass auch viele eher spekulativ orientierte Markternehmer, also Trader einfach die Aktien kaufen, wenn eben Kursgewinner eintreten innerhalb eines Handels, halt also sogenannt State Trading betreiben, die dann wieder verkaufen und ich denke, deswegen sind die Aktien einfach auch da. die Nachfrage oder beziehungsweise das Interesse für diesen Sektor ist einfach momentan ganz klar spürbar und wir gehen jetzt gechillt in das Wochenende sozusagen und auch mit einer Branche, die sehr stark gefragt ist und zwar Cannabis-Aktien und hier hast du explizit Tilray genannt. Weil die Zahlen gebracht haben, wir haben ja so, die ist ja auch so ein bisschen als Spielwiese von Wallstreetbets ausgemacht worden und dann haben wir auch so einen Knick nach oben gesehen und wieder einen Knick nach unten, als man das Ganze irgendwie nicht so angesprungen ist und dann guckt man auf die Branche und dann guckt man auch auf die Zahlen und zwölf Stunden vor Nähe hat Tilray seine Zahlen gebracht und hier muss man sagen, sieht es im Grunde genommen besser aus, wenn man es so mal sieht, ist der Verlust bei Tilray deutlich kleiner geworden mit 0,02 Cent, glaube ich und die Analysten zum Beispiel hatten 13 Cent Verlust haben erwartet und im Vorjahreszeitraum waren es noch über 2 Dollar. Also von daher sieht man, das ist so ein Weg, den man auch gerne sieht. Tilray geht ja auch nur mit Afria zusammen und von daher muss man sagen, gute Zahlen, die so ein bisschen den Aufschwung, den wir zuletzt gesehen haben, wir klammern jetzt mal die Übertreibung durch den kurzen Knick nach oben WallStreetBets aus, wo alle gedacht haben, das ist es jetzt, das neue GameStop, aber war es dann auch nicht. Ansonsten muss ich sagen, zeigen die Zahlen, dass es wieder besser wird, dann gehen sie dann auch mit Afria zusammen, was natürlich auch gut ist. Zuletzt hat es immer noch die Nachricht, dass man mit Growth Pharmaceuticals Vertriebspartner quasi in dem Sinne hat für Großbritannien. Also von daher, die Nachrichtenlage hält sich wieder auf, das Ganze, darüber schwebt ja diesmal kein Damoklesschwert, sondern darüber schwebt ja im Grunde genommen die Legalisierung von Cannabis in den USA und das ist eigentlich so eine schöne, schöne Fantasie und da finde ich, hat man jetzt, glaube ich, noch so langsam und so ein bisschen wird geläutet für den letzten Einstieg und das sollte man auch ganz oben auf der Watchlist haben. und es gibt ja natürlich auch noch CBD-Freies, also ohne die Rauschwirkung und da wollen wir vielleicht dann auch mal gucken, wie sich das dann anläuft. Also ich glaube, die Lage wird weiterhin ganz gut bleiben und Cannabis gehört irgendwie so ein bisschen zu den Sachen, die man haben muss. So und so. Ja, im Depot, Entschuldigung, nicht in der Hosentasche. Cannabis gehört zu den Sachen, die man im Depot haben muss, nicht wieder in der Hosentasche oder in der Zigarette. Wenn dann nur CBD-frei oder dann vielleicht. Das kann man ja in Deutschland ja auch schon kaufen. Ja, das stimmt. Und von daher wünsche ich allen ein entspanntes, schönes Wochenende. CBD-frei. Und ist ja schönes Wetter, geht alle ein bisschen raus, aber auf Corona achten. Du auch, Andreas, ne? Pass mir auf und bleib gesund. Du auch, Markus. Danke. Bitte, tschüss. Schuldig. So du auch COP bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020